Bahn 5, dann Polen, Bahn 6, Moldawien, Bahn 7, Litauen, Bahn 8, Ungarn, zweite über die 1000 Meter und Bahn 9, die Gastgeber aus Serbien. Das Feld auf die Reise geschickt, hier die Gastgeber, Milan, Ketschtobranski und Milenko-Zuric auf der Bahn 9. Die Weißrussen liegen hier gut im Rennen, Alec Belenki und Ivan Jurtschanka führen nach 250 Metern. Aber da kommen die Polen auf der Bahn 5 an. Das sind die Gegner der Weißrussen für Polen, Paweł Skowronski und Roman Rinkiewicz. Beide auch schon in WM-Finals, also auch hier eine Crew mit einigem an Erfahrung. Bahn 5, das ist das polnische Boot und die schieben sich auf den letzten Metern vorbei. Ganz enger Einlauf, Polen gewinnt. Aber das reichte nicht mehr, um den Rückstand wettzumachen. Sie verpasst.